Willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition Multiplayer. Mein Name ist ScorpenRage und ich versuche, dass mein Schurke und so weiter die Punkte so weit voran getrieben bekommen, dass ich halt die Rüstung bekomme. Also eine Million IP muss man haben, 960.000 irgendwie sowas hatte ich gerade davor. Jetzt bin ich in der zweiten Runde mit Bedrohlich und paar Leuten und leider ist der dritte gerade abgehauen. Es sind noch zwei andere dabei gerade, aber sollte laufen. Hoffe ich. Wenn das so ist wie gerade, dann freue ich mich. Ja gut. Alles klar. Okay. Ein frischer Zwerg hier. Mal gucken. Also gerade eben in der Runde liegt es ja richtig gut noch. Also ich war schon wieder kurz davor aufzuhören. Ich wollte dann halt alleine machen. Auf Routine nochmal. Aber das war halt nicht so. Weiß ich nicht. Ich hatte Glück, dass ich auch Bedrohlich in der Lobby geblieben bin und habe dann Leute gefunden, die noch reingejoint sind. Und dann ja, das läuft richtig gut. Finde ich. Ist nicht die schwächste Stufe hier und es geht voran. So sollte ich meine Punkte vorantreiben können und ja, dann habe ich es bald. Okay. Ich glaube, das ist sein Schwert oder was? Oder von der anderen die Viechkürte? Ich weiß gar nicht. Der Ton ist ja ungewöhnlich. Da haben wir gerade auch schon mal durch. Eine Tür für mich. Ich glaube es ja nicht. Oh. Ja, 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 ja. Sofort. So, ich will die Tür aber aufmachen. Okay, die Regeneration von den Fähigkeiten ist auch nicht so, wie ich das haben wollte. Gut, was rennen die denn jetzt so weit vor? Hm. Kann man gut finden. Weiß ich noch nicht. So, ich bin gespannt. Oh, alles klar. Sehr gut. Bisschen Gold gesammelt hier. Und weiter geht's. Wäre da jetzt ein Wächter gekommen, dann wäre ich wahrscheinlich gearscht gewesen, weil die sind ziemlich weit hinten. Okay. So, aber ich bin wieder dran. Alles gut. So, ich bin wieder dran. Fertig. Sehr gut. das war ja kein sonderlich das soll doch gut aus alles klar als für dritte roggen wir die bude hier ich schätze wenn das ja bis vorbei ist die tiefen wege zurück die inquisition sie ist eine armee wie die andere auch ja das ist wirklich ja Okay, so das ist doch bis jetzt läuft es gut, äh, so, wie ein Krieger, sehr gut, okay. Kein Richter, so, Richter brauchen wir auch nicht, wenn wir solche Leute hier haben, so, oh man, 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 wer trifft mich denn da, halt, okay, ja, hätte ich, hätte ich, okay, was ist los mit dem, ach, der wirft die, ach so, ich dachte ja, das sticht nur zu, ich wusste ja, Ja, das hätte ich vorher sehen sollen, okay, okay, ja, gut, passiert halt, so, und er ist natürlich vorgerannt, gut, gut, okay, sehr gut, so, der bekommt direkt ein paar Bomben, zündel, zündel, So, das war's schon gewesen, alles klar, gut, ich will nicht so wieder nichts mehr, weil, ja, die tiefen Wege zurück, aber gut, ne, Ich glaube, wenn man hier unten reinfällt, dann wird man zurückgespawnt, oder so weiter, und, äh, ja, so, jetzt bin ich doch vorbei gelaufen, vielleicht gerne rüberspringen, sehr gut. Es ist keine Schande, wenn man bedenkt, was wir vorhaben, hoffe ich, dass die Inquisition weiß, was sie tut. Ich habe eine Gruppe entsandt, um eine Person zu schützen, die Informationen über die politischen Gegner der Inquisition besitzt, unser Feind will diese Person tot sehen, und wir müssen sicherstellen, dass er damit keinen Erfolg hat. Alles klar. Ich war mir sicher, es ist ein Mensch. Sie sind sicher noch immer da drauf. Solange sie noch da sind, kann ich hier nicht weg. Seht ihr das? Zweimal Krieger, okay. Bin da, Mann, bin da. Ich bin schon da los. Die Inquisition machen. Oh Gott. Ich bin schon da. Einmal mit seinem Namen drauf. Yeah. Alles klar, so. Warum macht ihr die Tour nicht auf, was da los bei euch? Ich meine, nötig habe ich es auch nicht, aber haupt es noch wieder mal machen. Was hat er denn? Komisch. Egal. Gestattet ihr. So, nächste Tür, alles klar. Da ist eine Ruhe und eine Tür, das weiß ich. So, also werde ich sterben. Nee. Oh Mann. Ja, okay. Sorry, das habe ich noch nie gesehen. Hier habe ich die Tour aufgemacht. Super Ding. No, und ab dafür. So. Und er kämpft hier ganz alleine auf weiter Flur. Super. Okay, auch stehe auf schwierigerer Schufe sehe ich das gerade, dass mein perfekter Schutz hier auch nicht so derbe, der Hintermatch rausklatscht. Also auf Routine habe ich allerdings 5K bis 8K oder so habe ich da gemacht. Und hier sind ja gerade ein bisschen über 2, naja. Na gut. Na okay, doch. Jetzt habe ich da 5,5 gemacht. Okay. Kommt wahrscheinlich immer drauf an. Ich wollte gerade sagen, das wäre stufenabhängig von den Gegnern und die Routine und riskant und so weiter. Ich schätze, wenn das hier alles vorbei ist, muss ich in die tiefen Wege zurück. Klingt, als würdet ihr euch nicht darauf freuen. Da freut sich der da drauf. Achso, bitte. Ein dunkler Brot ist auch eklig. So, dann bin ich mal gespannt. Diesmal zu dritt. Und wer kommt? Der Alphe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist der mit seinem Strahl wieder, ne? Das ist echt fies. Glaube ich. Das war echt jetzt, äh, nicht vorwürdig, erförterlich, mal nicht. Das habe ich ja alle, ey, Mann, Mann. Okay. So, werde ich geholfen. Kann man mir helfen? Nicht liegen. Dankeschön. Länger netz. Auf jeden Fall, äh, ja, die Plünderin da hat, die hat's drauf, ey. Macht ihr alles mehr oder weniger Leine, ey. Sieht gut aus. Hör, du hast lieber die Pläne in die Hand nehmen. Okay. Kann man machen, ey. Das war saubere Arbeit! Ja, finde ich auch. Das zu dritt, ey. Über die Plünderin geht die GTA ab, ey. Ah, ist egal. Alles klar, ey. Sah gut aus. So, nichtsdestotrotz gehe ich aus der Lobby hin. Erstmal gucken, wieviel mir jetzt noch fehlt. Müsst ja nicht mehr all zu viel sein. Ich glaube, die ist bedrohlich. Oder, ne, ja doch, ist bedrohlich. Auf den rundenbasierten, da gibt es ein bisschen mehr EP. Und ja. Ich habe auch ein Level Up gemacht. Genau. Sehr gut, ich habe wieder den zweiten Platz. Auf jeden Fall, die ist da richtig schlimm. Also, ne. Richtig gut, meine ich. Also nicht schlimm in dem Sinne. Richtig gut. Ja. Der habe ich doch schon mal gesehen, ey. Okay. Wir waren da noch und hätte sich ja wieder ja an. Muss ich mal merken, Alter. Winter überfällt. Alles klar. So. Ich gehe aber leider raus. Okay. So. Dann kann ich mal kurz gucken. Dürfte noch nicht fertig sein, aber ich bin kurz zuvor. Siehste. Das ist doch sehr gut. Habe ich aus der 6 und 9 gemacht, ey. Ist doch gut. Das müsste ich jetzt noch. Ja gut, eine Runde und dann hätte ich es noch. Aber. Wenn es so bleibt. Ich hätte einfach drin bleiben sollen jetzt aber. Ja gut. Ne. So weit habe ich es nicht im Blick gehabt. Okay. Ich habe auf jeden Fall noch ein Level Up gemacht. So. Dann wollte ich eben schnell reingucken. Äh. So. Popopop. Ähm. Da ist die Frage. Hm. Ich könnte theoretisch meine, äh. Die. Mine. Mit eine für jeweils 5 Ausdauer. Achso. Dann wird meine Ausdauer verballert und ich mache dann pro 5 Ausdauer eine Mine mehr. Glaube ich. So weit habe ich es verstanden, oder nicht? Ähm. Ähm. Ja. Egal. Ich mache das jetzt einfach mal. So. So. Dann ist er wieder Level 1 und hat er wieder nichts mehr. Bis dahin. Sollte ich damit klarkommen. Soweit. Ich muss er Ihnen noch einmal spielen, dann habe ich es. Also. Ja. 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 Alles klar. Dann, ähm. Ja. Würde ich, dass die beiden jetzt erstmal. Und dann schwimmen wir das nächste Mal noch eine Runde, dann habe ich es. Und dann sehen wir weiter, wie es weiter geht. Nö. Alles klar. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Und, äh. Ja. Ihr wisst Bescheid. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal.